Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Hausflipper. Wir kümmern uns heute darum, dass hier die Verbindung fertig gemacht wird von hinten unserer Terrasse und unseren Feldern zu unserer Tierwirtschaftsecke. Und da würde ich sagen, ziehen wir diese Platten einfach bis hier hindurch, machen hier noch so ein Wegabzweigungsding. Hier könnten wir auch nochmal wieder die Dinger verlegen. Ich glaube, das ist ganz cool. Die habe ich doch auch noch hier drin. Genau. Nutzen wir das doch mal eben. Und verlegen die hier einmal so durch. Ich glaube, so sollte das reichen. Und dann sind hier ja eh die Platten. Jetzt müssen wir nur die exakt richtigen wiederfinden. Bodendecke, Gehsteinplatte und dann... Ach guck mal, das sind glaube ich die direkt. Ne? So? Ja, guck doch mal. Das Spiel macht uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung und sagt... Wir connecten hier nicht richtig. Der Abstand ist... Kacke. Ja, wir gucken, das kriegen wir irgendwie hin. Ähm... Das ist die Sache. Gehen wir mit dem Weg von hier aus los. Ja, das wäre gerade drauf zu, ne? Na? Ach, wir speichern. Ich sag gerade, warum tut sich denn da wieder nichts? Ja, guck mal. Perfekt. Und dann müssen wir jetzt hier gucken, wegen so einer kleineren Platte. Ey! Das ist krass weg. Was soll denn das? Können wir das hier auch machen? Oh, oh! Was wäre... Äh... Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Mustertechnisch so. Und es will sich so nicht anbringen lassen. So würde gehen. Aber dann passt das Muster nicht. Dann müssen wir da vielleicht eine ganz andere Platte hinmachen. Oder wir lassen es so. Ähm... Das würde ich dann gerne hier zwischensetzen. Und dann gucken wir jetzt mal, ob die... Oh, gibt's das als ganz schmale? Bitte lass es das als ganz schmales geben. Sonst müssen wir da auch irgendwie was anderes zwischenfummeln. Ich sehe es gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Kann sein, dass ich wieder blind bin, aber... Oben anfangen. Den sehe ich nicht als so... Nochmal die Hälfte. Also so wie die hier halt, ne? Ne. Dann würde ich tatsächlich den dazwischen mogeln. Als Übergang. Ja, ich weiß, sieht vielleicht dann etwas komisch aus. Aber der würde da halt hinpassen. So. Ist okay, glaube ich, ne? Dann hat man hier so den Wegzugang. Hier kann man rüber gehen. Ach ja, hier wollte ich... Ach nee, da habe ich ja. Das ist halt nur die Kacke, dass da jetzt das Gras noch durchguckt. Ich hoffe, das geht noch weg wieder. Oh ja, wir können auch gucken, dass wir hier nochmal eine Verbindung schaffen. Äh. Vielleicht hier auch gegenüberliegen. Das könnten wir machen. Lass mich mal eben diese Lücke hier wieder füllen. Äh. Äh. So. Das ist doch super. Dann kann man hier vielleicht auch nochmal... Oder wir machen die Lücke hier ganz dicht. Also, dass man wirklich so weit geht. Äh. Und die da noch reinsetzt. Ja. So, als hier Verbindung, ne? Ich glaube, das ist okay. Und in diese Lücke würde ich da Hecke bauen. Jetzt ist wieder die große Frage. Wo waren die Hecken? Äh. Waren die bei Pflanzen? Ach. Ich habe irgendwie meine Maus eben anders hingelegt. Ganz komisch. Das passt gar nicht. So. Du bist besser. Äh. Wo waren die Hecken? Waren die unter Zäunen? Nee, na. Oder? Doch. Doch. Da waren sie. Welche hatten wir denn da? Geht der Spaß wieder los, ne? War das das? Ja, ne? Sieht gut aus. Können wir so machen? Einfach so eine dicke Hecke ist? Ja, ne? Dann... So weit rüber wie möglich. Ja, aber ich glaube, die große passt hier jetzt nicht nochmal hin. Nee, da müssen wir doch die kleinere nehmen. Warte mal, das war die hier, ne? Dann brauchen wir jetzt die... Die schmale... Schwarzkiefer. Wo ist sie? Äh. Wo ist sie denn? Das war doch die, oder nicht? Oder war das... Stopp, 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 stopp. Nee, es war das Laubgedöns, ne? Also bräuchten wir die? Ja, es war das Laubgedöns. Entschuldigung. Ah, das passt nicht. Dann schieben wir das so zurecht, dass es okay aussieht. Wir haben halt eine kleine Lücke, ist okay. Und dann versetzen wir die. Dann machen wir auf die Seite hier die lange. Und auf die Seite die kurze. Jetzt haben wir hier halt so ein bisschen das Ganze abgegrenzt, ne? Wir wollen jetzt gucken, dass wir hier an die Ecken noch was pflanzen. Was halt gut aussieht. Vielleicht haben wir hier noch so ein Bäumchen? Jetzt nicht den fetten, der wird da eh nicht hinpassen. Ah, sowas fände ich halt auch mal cool, ne? Aber... Weil die würden da gehen. Du bist jetzt nicht so hoch, wie ich es gerne haben wollen würde. Wäre okay, aber jetzt nicht überragend okay. Du bist halt dieser Große, aber du wirst da nicht hinpassen. Würde schon, aber nicht in diesem Zustand. Du bist der nächst kleinere davon. Aber da würde ich dann auch die anderen Blätter nehmen, wenn es das denn gibt. Ne, da gibt es nichts passendes, ne? Warum regnet das eigentlich so viel? Willst du mir das einer erklären? Hier wirst du nicht hinpassen, ne? Hier ist viel weniger Platz. Wie passen wir das? Aber dann sieht die Hecke auch so verloren aus. Oder passt du... Ne, du passt auch nicht so hier hin, ne? Das nervt mich gerade. Das nervt mich richtig. Das sieht doch alles dämlich aus. Mann. Okay, dann nehmen wir vielleicht doch einfach nur irgendwie so einen Busch. Oder hier sowas. Das ist halt auch alles Nadelbaum. Aber ich hätte da ja gern so eine Hecke. Es ist doch zum Heulen. Na, Nutzpflanze. Was tropisches. Naja, können wir bleiben bei Blühens. Du bist so klein. Es muss schon was Größeres sein. Also entweder was Kleineres oder was Größeres. Der Flieder ist zu groß. Der Flieder ist ein bisschen höher. Aber dann haben wir glaube ich auch wieder das Problem, dass wir es nicht auf die andere Seite setzen können. Oh, ich muss mal gerade irgendwie... Muss ich hier mal... Stütze unter meinen Armen machen. Der Arm wird voll lahm. Der schläfst voll einig. Katzenminze. Reden die Katzen durch. Wenn ich jetzt hier Katzenminze anbringe. Ich glaube ich mache diesen Standard hier, dieses weiße Gebüschgedönsens hin. So, und dann gucken wir, dass wir das so weit verschieben können, dass ich auf der anderen Seite halt auch... Das Gebüschgedönsens hin machen kann. Das geht überhaupt. Ich bezweifle es gerade. Ja, okay, ein Stückchen können wir rücken, das ist doch gut. Das ist jetzt glaube ich nicht sehr viel gewesen. Aber hoffentlich so ausreichend, dass wir hier auch so ein Busch hinsetzen können. Und dann passt es doch. Wir haben es irgendwann, ne? So, der könnte glaube ich sogar noch einen weiter rein, ne? Auch nicht. Ne. Okay. Ich hoffe nur, dass wir den da hinkriegen. Ja, sieht aber gut aus. Sah gut aus. Enttäusche mich doch nicht. Ach man. Ist das jetzt echter an der Hecke oder? Oh, so geht es. Oh Gott, hat doch geschnitten. Schön ist was anderes, aber... Es hat funktioniert. Naja. Versuch was wert, ne? Ich finde es schrecklich. Ehrlich gesagt, ich finde es schrecklich. Ich würde tatsächlich dann doch lieber die Hecke wegmachen. Ich weiß, jetzt haben wir uns da so mit rumgeärgert die ganze Zeit, aber... Das ist nicht schön. Das ist so, so dahin gequetscht, so hingewollt. Wir gucken mal eben, ob wir mit sowas hier vielleicht weiterkommen. Ob das dann besser aussieht. Aber der geht so weit auf den Weg rüber, ne? Dann doch lieber den kleinen Busch hier. Hallo. Und dann machen wir da noch gedönsens zwischen. Ist das hier schon wieder so lang dauern, ne? Und wenn man nur so ein Stückchen hier fertig machen und... ...quält sich dadurch. Sehr gut. Okay. Dann kann da jetzt noch... Ähm... ...der Lavendel wieder zwischen. Ich glaube, den Fahn würde ich einfach mal... ...lassen. Oder machen wir auch den Fahn dazwischen. Ich gucke mal, ob der noch irgendwo passt. Wenn ja, dann pflanzen wir den auf jeden Fall. Wenn der jetzt nicht hier irgendwie reinpasst, dann lassen wir das. Da würde es gehen. Ich kann ihn sogar einpflanzen. Okay. Dann machen wir jetzt die Stellen, wo er geht, definitiv fertig. Oh, da war er eben noch. Ich habe es gesehen. Da war er kurz möglich. Ich habe es gesehen. Ach komm. Ist doch eine Qual. So geht es. Okay. Okay. ihr könnt eventuell noch einer vorpassen ist jetzt möglichst gut drehen weil es könnte auch wieder nicht gehen weil es hat kurz geflackert aber ich glaube nicht weil man es dann einpflanzen kann sondern weil es halt wieder so bord steinkanten mäßig ist ja hier geht es halt auch nicht dann waren wir den vielleicht hier noch nehmen das ganze zu vervollständigen optisch ist eigentlich unser nun wieder nach hause gegangen oder läuft das hier immer noch irgendwo über den ruf hallo schaf das ist so schön dich nicht verpackt zu sehen da sitzt unser huhn naja gut soll es meinen müssen wir haben wir noch ein bisschen ausarbeiten das ist noch nicht schön brauchen jetzt noch den lawendel wo war er auch kommen auch spiel ich habe immer solche loblieder auf den lawendel hier gesetzt der da überall so ja ich setze mich da halt mal zwischen völlig schön hier und jetzt sagt er so nervig das echt nervig das können wir noch zwischensetzen aber zumindest den boden abgedeckt ich muss nicht ein bodeln so habe ich dich nicht vorher gesehen du bist ja mega sagt so und hat die nächsten probleme neuer lieblings boden und füller ne hier nicht doch hahaha ich muss damit leider einmal hier um den ganzen hof rum der macht gerade so unschöne lücken noch schön mal hohen hier ein neues nest ist voll süß aus lassen wir so da kann der rein ach gucke mal warum habe ich den nicht vorher mal benutzt der ist ja mega na komm nicht 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 okay dahinter sieht man eh nix aber wie gesagt hier muss ich jetzt mal an mehreren ecken noch verteilen ah wie schön busche nicht der da ist hier noch ein neben hier so diese ganzen kanten die ich immer verdecken wollte mit irgendwie gestrubb da ist unser gestrubb für solche situationen hier will er jetzt nicht mehr naja hier bei unserem gemüse nicht aber hier so überall wo noch so das gewisse extra gefiltert macht sich der gerade wunderbar und hier und dort und hier und dort total lieb überall in die ganzen nischen geht ist noch lücken füllender als als mein lavendel das spiel so neid ich doch mehr pflanzen bitte ich bin doch jetzt schon an meinem limit kann doch jetzt schon nicht mehr und sie macht noch mehr dahin aber das ist ja perfekt das ist auch nur perfekt solange man das unter diese ganzen Büsche setzen kann die das wollen ne ich glaube jetzt bin ich einmal so weit rum an den stellen wo ich mir das vorstellen kann ja hier ist halt gut hätte ich super gern noch so ein aber da ist der busch nicht der richtige für dann nicht da noch hin hier müssen wir ihn auch bepflanzen so aber dann haben wir das äckchen auch schon mal fertig wir können jetzt hier noch beleuchtung machen da war ich hier schon richtig glaube ich bei den gartenpflanzen dichter garten dichter pflanzen das da war das was geht nicht da geht's und sich die hühner werden sie erleuchtet vielleicht auch noch den weg sind echt krass hell hier an dem haus haben wir noch gar kein licht für die wand sehe ich gerade hätte ich aber auch gerne wieder die die eine funzel die da sehr gut jetzt wird natürlich tag jetzt brauchen wir sie nicht mehr aber das rahmt doch hier das ganze wunderbar wenn man sich vorstellt wie das hier vor ein paar folgen noch ausgesehen hat ne diese riesige grüne naja gelbe fläche diese unschöne gelbe fläche so jetzt hätten wir natürlich noch den spaß wir müssen den ganzen kack hier verschieben das ist nämlich jetzt hier an sich mehr oder weniger eins der letzten eckchen die noch gemacht werden müssen äh wir müssen halt die ecke füllen weiß ich aber noch nicht womit das einzige was mir einfallen würde ist halt noch mehr bepflanzung aber ja keine ahnung wollen wir das wollen wir da noch mehr bepflanzung machen und das andere ist halt ich hier noch diese ein fahrt korrigieren und hier halt bepflanzung machen das sind unsere letzten schritte um diesen bauernhof zu vervollständigen ich blubbte ja gerade oh hat sie wieder zu früh was gesagt sorry so wir gucken wie man dann hier diesen übergang macht den habe ich ja ich habe es doch richtig gesehen versetzt gebaut das geht natürlich nicht da vorne müsste auch noch irgendwie was passieren ne also es sind doch noch mehr kleinigkeiten und lücken die einem dann so im nachhinein auffallen bei dem man sich denkt so hundert prozent fertig sind wir noch nicht ein noch einmal dieses wege platten verlegen aber ich glaube es lohnt sich wenn wir hier durch sind müssen wir auch gleich das auto einmal kurz versetzen damit damit wir die da auch machen können aber ich würde mal sagen das ist jetzt auch die letzte möglichkeit tatsächlich ähm dass ihr dann wünsche noch in die kommentare schauen könnt was ihr gerne noch auf diesem bauernhof sehen wollen würdet denn die nächste aufnahme ist dann am sonntag und das wird dann wenn ich noch großartig wünsche sind wahrscheinlich die erstmal letzte aufnahme sein die ich hier mache aufnahme runde und alles was ich danach gewünscht wird ja das ist ja ist dann nicht mehr also falls ihr noch irgendeinen wunsch habt falls ihr noch irgendwas aufgefallen ist wo ihr sagt oh ja das könnte man vielleicht auch umsetzen das sähe vielleicht auch ganz gut aus dann schreibt am besten jetzt direkt noch in die kommentare und dann versuche ich das noch umzusetzen und hier mit einzubeziehen jetzt fangen glaube ich die probleme an jetzt ist das ding nämlich gerutscht und im weg setze den wagen mal eben um so wir ziehen jetzt diese platten hier eben durch ja komm das schaffen wir noch eben dann sind wir nämlich was diesen weg angeht wirklich erst einmal durch ich glaube großartig mehr von diesem boden müssen wir dann nicht mehr verlegen außer äh so kleinigkeiten wie so eine so eine lücke die ja da vorne entstanden ist wir müssen auch gucken dass wir da noch einen weg verbinden und dann kommt halt eigentlich echt nur noch bepflanzung und dekoration ach schön ich finde auch echt cool wie der bauernhof geworden ist er ist ja fast so geworden wie ich mir das ja vorgestellt habe mit so einem unterstand für die fahrzeuge in der scheune die weide für die tiere ähm der hühnerstall war nicht so geplant wie er jetzt da steht aber finde ich auch gut ich hatte eigentlich vor ein riesengroßes feld zu machen auf dem alles vielleicht auch so ein bisschen kreuz und quer wachsen kann aber so wie es jetzt am ende geworden ist mit den kleinen parzellen finde ich auch wunderbar ich würde auch sagen wir machen äh am ende wenn wir hier soweit fertig sind und durch sind eine kleine farm tour dann gehen wir einmal alles gemeinsam ab gucken uns alle räume nochmal in ruhe zusammen an gucken uns den hof ganzen an und äh genießen einfach einmal noch was wir hier erschaffen haben ich hoffe dass es so eine möglichkeit in haus flipper 2 dann auch gibt dass man von grund auf ein haus bauen kann weil ich muss sagen das hat mir bisher in diesem spiel mit am meisten spaß gemacht so diese freiheit zu haben selber was zu bauen und nicht auf auf ein vorgefertigtes haus zuzugreifen und zu renovieren das ist natürlich auch mega und das ist ja eigentlich auch so dieser sinn vom haus flippern ne ähm ein existierendes haus wieder so in stand zu setzen dass man darin wohnen kann äh das ist ja dieses amerikanische ding äh aber ganz ehrlich also mit dem mit den gegebenen tools und möglichkeiten selber ein haus zu bauen war auch so ein bisschen das highlight hier und seht euch an was wir erschaffen haben einen ganzen bauernhof gut also wie gesagt die nächsten folgen nächsten ein zwei folgen hier den rest fertig dekorieren noch nach fehlern suchen die wir beheben müssen eventuell noch eure wünsche umsetzen und dann neigen wir uns dem ende unseres haus flipper farm projekt ich bedanke mich ganz herzlich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid dann beim nächsten mal auch wieder mit dabei bis dahin Tschüsselüüü!